Hallo zusammen, ich bin Ihr digitale Bankberater. Hallo Mox. Einen Moment bitte, ich bringe mich in eine bessere Position. Willkommen in Ihrer Bank. Ich bin Ihr elektronischer Bankberater, Max. Möchten Sie mit mir Geschäfte abschließen? Ja. Prüfen wir erst die Zugangsberechtigungen. Sie haben keine Berechtigung, um mit mir zu arbeiten. Wenn Sie Zugang benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Berater. Soll ich einen Berater kontaktieren? Ja. Ich mache ein Foto und schreibe Ihrem Berater eine E-Mail. Warten wir, bis Ihr Berater anwesend ist. So. Da kriegt es kurz in einer. Frage Mustafra. Hallo Raphael, was kann ich für Dich tun? Gesichtlehnen. Sehr verehrter Kunde, bitte nehmen Sie vor mir Platz. Ich werde Ihr Gesicht gleich einscannen. Nennen Sie mir bitte Ihren Vornamen. Jakob. Hallo Jakob. Vielen Dank. Sie sind nun registriert. Kann ich sonst noch etwas tun? Nein. Beratermodus beendet. Möchten Sie mit mir Geschäfte abschließen? Ja. Prüfen wir erst die Zugangsberechtigungen. Guten Tag Jakob. Sie sind mit Ihrem Vertrag GJA02 verbunden. Womit kann ich Ihnen heute helfen? Was kann ich tun? Mit dem Befehl, wie ist mein Kontostand, können Sie Ihr Vermögen abfragen. Mit dem Befehl, ich bin fertig, beenden Sie den Dialog. In naher Zukunft können auch Transaktionen durchgeführt werden. Toll. Was möchten Sie als nächstes tun? Wie ist denn mein Kontostand? Ihr eigenes Vermögen beträgt 311.060 Schweizer Franken und 65 Rappen. Was möchten Sie als nächstes tun? Ich bin fertig. Oh, wie schade. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao Mox. Ciao Mox. Ciao Mox. Ciao Mox. Ciao Mox. Ciao Mox. Wow. Vielen Dank.